Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Shift Happens. Es begrüßt euch Milena und Jamie. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, sehr schön. Und es geht ins nächste Level. Und es könnte sein, dass wir dann bald schon das Labor durch haben. Ich hoffe es mal. Ja. Die nächsten Level sind nämlich richtig geil. Also ich finde die farblich auch wesentlich schöner gestaltet. Aber dafür müssen wir es jetzt erstmal schaffen. Oh, Jamie hat einen neuen Hut. Ja. Hallo. Hi. Ich hätte mir auch mal einen neuen Hut. Danke. Ich habe gar nicht gesehen, dass das hier tatsächlich existiert und nicht im Hintergrund ist. Nee. Ähm. Ja. Ja. Du musst selber springen auch, glaube ich. Geht das? Wow. Okay, dann gehen wir rechts rüber. Ah. Ah, wir können uns jetzt hochhüpfen. Ah, ich glaube, du musst von rechts wieder hochgehen und dann von ganz oben wieder runter springen. Wir machen mich nochmal kleiner. Cool. Und wie fliege ich hier hoch? Ach, leer, passt. Ja, passt. Oh Gott, ich habe das einfach alles vergessen. Wir haben zwei Wochen nicht mehr gespielt. Okay, pass auf. Und jetzt kannst du einfach links da drauf springen. Ich springe. Aha. Ui. Ui. Geil. Oh Gott, Katastrophe. Die Lenkung fühlt sich gerade an, als wenn ich das Spiel zum ersten Mal spiele. Danke. Aber herumgeschleudert werden habe ich noch nicht vergessen. Ähm. Hallo? Hallo. Keine Panik. Ich bring das noch auf die Reihe. Kann man wieder umstellen? Ich hole die Münzen da rein. Ja. Ne? Jamie wird von einem Piranha gefressen. Weil wenn ich klein bin, sieht das lustig auch. Ja. Oh, Mist. Da kommt man alleine nicht ran. Ja, macht nichts. Egal. So. Ja. Oh, sorry. Ich habe nicht gelenkt. Ich habe Lenkdose gedrückt. Wenn du da jetzt drauf rumhüpfst, dann... Ah, nee, du musst von oben da drauf runter springen. Nee, ich kann dich doch auffangen hier. Nee, dafür gehe ich nicht genug. Wohl. Warte, 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 warte. Ich nur, nur ich spring. Oh, nein. Hupsi. Hupsi, Baba Schnupsi. Lass mich mal versuchen, ob ich hier hochkomme. Auch nicht. Ey. So, jetzt. Und nochmal. Und nochmal. Nee, geht nicht. Mach mich mal klein, so. Auch nicht. Ah, doch, warte. Ich weiß, ich weiß, was wir machen müssen, Jamie. Pass auf. Nee, so kannst du jetzt da hoch. Du musst nicht springen. Du musst aber nur rüber. Okay, 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 okay. So, dann jetzt. Let's go. Äh, Moment. Ja. Sehr schön. Jetzt können wir uns hier gegenseitig hochverhoffen. Nein, halt, da oben ist ein Nugget. Ja. Du musst mich erst mal hochnehmen, hallo. Hallo. Aua. Upsi, sorry. Also eigentlich nicht wirklich, sorry, aber. Ah. So, warte, wir müssen uns was überlegen. Der ist ja nicht mal umgefallen. Ich glaube, man muss sich wieder groß machen zum Schluss. Kann das sein? Weiß mich mal und dann mache ich mich groß an. Nee, das ist keine Unfallwand. Ähm, ich glaube, wir müssen erst mal wieder hoch. Ja. Okay, kein Problem. Sonja, warte. Äh, nochmal. Hey. Nee, du musst nicht springen, nicht springen. Ich springe, ich will raus springen. Oh, nee, die Lenkung kommt mir irgendwie total befremdlich vor. Ja, wir lassen ihn einfach da. Komm, wir gehen einfach weiter. Nee, warte. Lenkst du gleich noch rechts für die Münzen da oben? Ja, ja, mache ich. Dann jetzt. Danke. Okay. Das hast du extra gemacht, damit du mal den Nugget zu bekommst. So, kannst du, während ich dich da gleich werfe, den Schalter umlegen? Glaubst du, das geht? Weiß ich nicht, ich schmeiß einfach. Nee, ich komme gar nicht hoch genug. Komm mal hier noch einen hoch. Jetzt vielleicht. Ganz gerade einfach nur hochwerfen. Ah, sehr schön. Oh, also öffnet sich die Wand links trotzdem nicht. Schade, okay. Ähm. Hä, das ist was? Ist das viel kompliziertes hier? Hallo? Hallo? Ja, ich schleudere dich. Ach nee, du musst... Was musst du machen? Ja, ich mach... Ah, jetzt kommst du hoch. Ich baue in Treppe. Ah, gute. Ich baue in Treppe. Gute Treppe. Oh Gott, wenn ich das schon sehe. Okay, schmeiß mich mal hoch. Ich will zum Schalter. Da muss ich dich gegen schmeißen und währenddessen groß machen. Ach, und währenddessen groß machen, ja. Okay. Klingt logisch. Hui. Und jetzt wird er hochfahren. Danke. Kriegen wir noch die Nuggets da drüben? Ja, klar. Natürlich. Hui. Eins. Eins. Okay. Hallo, bitte bleiben Sie stehen. Hey. Das war ein extra Donnerer. So, bitteschön. Oh, nice. Ah, ich weiß, ich weiß. Gehst du mal rüber auf die andere Plattform? Und jetzt müssen wir, Jamie, abwechselnd springen. Und immer der, der nach unten springt, muss sich dann immer groß machen. So machen wir uns Schwung. Okay, also. Aber ist es nicht besser, wenn... Also, springen müssen wir selber gar nicht. Aber ist es nicht klar, wenn nur einer von uns immer Kuh drückt, damit wir uns nicht doppelt klein machen? Ach so, ich dachte immer, wenn du nach unten gehst, machst du... Ja, oder okay. Versuchen wir es erst mal so. Let's go. Wer macht dann? Ja, dann mach du erst. Okay, aber du musst trotzdem anspringen erst mal. Da. Ja. Sehr gut. Ich mache gar nichts. Nichts springen. Oh, nächste Runde kannst du rüber, Jamie. Oh. Ah, ich habe oben links einen Schalter, Jamie. Ich muss erst mal da hoch. Ah, bitte belebe mich wieder. Was? Der Beleben gibt es nicht. Ich muss mir ganz kurz meine Münzen besorgen. Mhm. Du musst dann einfach nur versuchen, die ganze Zeit E zu drücken. Ja. Okay. Ich glaube, aber ich muss ein Stück nach links zwischendurch. Aber du musst einmal springen. Ja, mache ich. Das ist aber lustig. So hätten wir eben auch schon ein paar Nuggets noch holen können. Indem wir so Schwung machen. Wir hatten nämlich schon öfter so eine Doppelplattform. Ah, das war ein Ticken zu langsam. Ja, jetzt ist gut. Oh, perfekt doch. Ah, ich glaube, ich muss ein Stück nach links. Hm, mach das. Aber noch nicht jetzt. Jetzt. Prost machen. Perfekt. Oh nein. Du hättest hoch springen müssen. Nee, du musst nochmal. Du musst einfach nochmal. Alles gut. Ey. Okay. Ja, passiert. Das gibt es im Vorsprunen, Boris. Ich brauche mir erst mal wieder den richtigen Schwung. Und dann musst du direkt beim nächsten springen, sobald ich es aufgemacht habe. Jetzt. Aber jetzt musst du auch wieder hier hin. Ja. Oh Gott. Ähm. Ich muss nur runter, glaube ich, oder? Ja, warte. Und was kann ich hier machen? Ah. Oh Gott, wenn jetzt noch mehr solche Sachen kommen, das wird ja tricky. Jetzt kannst du auch hier hochspringen. Yay. Nugget, bitte noch einsammeln. Danke. Nicht vergessen. Yay, jetzt geht es hoffentlich in die Wüste. Errungenschaft freigeschalten. Zwei Blobs, ein Labor. Geil. Ja, geil. Dicey. Yeah. Der Winner-Song. Yay. Oha. Schwungvolles Momentum. Okay, let's go. Weiter geht's. Eins machen wir noch. Hallo? Dein Bauch hat da nur noch so um die Ecke geguckt. Nein. Nein, wir haben es immer noch nicht geschafft. Wir müssen erst den Fluchtplan. Doch. Wir haben es doch geschafft. Okay, weiter geht's. Es geht ab in den Wald. Hä? Das ist der Wald? Ja. Ah. Wald. Mmh. Voll hübsch hier. Au. Ah. Okay, mein Mikrofon hat bestimmt voll übersteuert. Aber... Ja. Ich sammle erst mal deine Nuggets auf. Und dann wieder belebe ich dich. Ey. Also, du darfst dann nicht hochspringen. Da sind Pixies. Ist doch nicht so nett, der Wald. Warte, warte. Ey, 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 ey. Was denn? Nein. Achso, das sind Nuggets. Vorsicht, Vorsicht. Hä? Was machst du? Ich hol Münzen. Stopp. Also, ich sehe dich nur, wie du mich rumschleuderst. Danke. Das war nett. Na, nee. Wieso doch? Nix. Das sind aber Münzen. Achso, stimmt. Dann schmeiße ich dich da rüber. Pass auf. Und wir müssen darauf achten, dass wir keine Herzen verlieren, damit wir das Level nicht nochmal machen müssen. Ich finde es schön, aber es ist auch gemein. Danke. Ich hole dir mal deine Münzen. Bitte. Hier, wenn... Hier kannst du noch... Links. Danke. Oh. Ja. Danke. Bitte. Nicht so doll, nicht so doll, das sind Pixies. Ich mache es nicht nur hoch. Du schmeißt mich nur an die Pixies. Oh. Ja. Lass mich ruhig zurück. Gar kein Problem. Und nun? Wie soll ich jetzt hier alleine rüberkommen? Ah, ich weiß es. Ich weiß... Hey. Hallo. Hallo wieder, bitte. Gut. Habe ich gerade gesagt, ich will in das neue Level? Hallo. Ich glaube, ich möchte wieder zurück ins Labor. Ja, ich auch. Hey. Hey. Was soll denn die Grütze? Mann. Okay, okay, okay. Warte, warte. Ich glaube, wir müssen uns einfach... Wir müssen erstmal wieder zurück hier hinkommen. Jetzt ist nämlich gar nichts zufrieden. Wir müssen einfach hoch und wir gehen jetzt einfach zusammen, Jamie. Nicht werfen. Achso, ich bin das. Du musst mich schnell hochnehmen. Ja, und jetzt trag mich bitte rüber. Sonst wäre das nicht. Oh, schnell hoch. Komm, los, los. Nein. Du musst jetzt oben rum das wieder aktivieren und... Oh nein. ...und in den Dorn zu springen. Nee, dann sind wir doch wieder bei der Ausgangssituation. Nein, 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 sind wir nicht. Ich kann dann nämlich... Ich kann dann nämlich als Gegengewicht hier... Okay, ich komme hier aber never rüber. Erst springen und dann bewegen. Ja. Oh, sehr gut. Puh, so. Böses Level. Böses Level. Oh nein. Münzen. Ja. Münzen. Hallo, was du machen? Bitte in die richtige Richtung, wenn dann schon schmeißen. Danke. So. Okay, probier erstmal, was da passiert. Du kannst jetzt unten durch. Ah ja. In Mini-Version. So, bitte... Donnern. Mhm. Oh nein, das sind Münzen. Da muss ich hin. Ja, mach das mal. Mit deinem Fischkopf. Ey, da oben ist auch irgendwas. Ja, das ist doch unsere Level-Abschlussmünze, oder? Level-Abschlussmünze? Nee, ich weiß auch nicht. Dann schmeiß mich mal hoch. Schnell, du musst die einlammeln. Das ist jetzt nämlich anders. Los, 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 los. Sammel die schnell, sammel die schnell. So wiederbeleben haben wir keine Zeit. Okay, gut. Ach, das waren extra Nuggets. Die waren ja fiese. Okay, du musst mich nochmal hochschmeißen, sonst kriegen wir die letzten Nuggets in mich. Ja, warne. Kriegst du die von hier unten? Ein Stück weiter nach links? Ja. Ja. Sehr gut. Au. Was warst du denn da die ganze Zeit? Au. Vielen Dank. Geil. Next Level. Ja, sieht voll schön aus im Wald. Ja, sieht richtig schön aus. Deswegen wollte ich ja unbedingt aus dem Labor aus, weil ich noch wusste, wie schön das hier aussieht. Also im Vergleich jetzt, ne? Und nett ist es das trotzdem nicht, aber ich weiß schon, was ich meine. Ja, geil, Party. Juhu. So, dorniges Dickicht war das, ja. Mhm, genau. Aber zwei Runden reichen für eine Partie, also für eine Folge. Und deswegen werden wir uns jetzt hier von euch verabschieden. Und hoffen natürlich, es hat euch Spaß gemacht. Und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Schreibt uns gerne etwas in die Kommentare. Ansonsten ein Danke für ein Träumchen und chill mit Will. Tschüss.